Die schlauste Frau der Welt, ihr werdet es niemals glauben, sie macht ein Foto von dem Auge des Mannes, doch ihr wisst nicht warum, sie macht es nur deshalb, um zu schauen, was er auf dem Handy sieht, doch es ist einfach ein Mittelfinger, oh mein Gott, wie schlau ist bitte dieser Mann?